BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Nach dem plötzlichen Tod einer Zeugin des Stuttgarter NSU-Untersuchungsausschusses, wir hatten gestern darüber berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe weitere Untersuchungen an der Leiche der 20-Jährigen angeordnet. Eine erste Obduktion hatte keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Indessen hat der NSU-Untersuchungsausschuss neue Beweismittel im Todesfall von Florian H. erhalten. Dabei handele es sich um einen PC, zwei weitere Handys und einen USB-Stick. Sie werden jetzt untersucht. Griechenland muss raus aus dem Euro. Deutschland ist gerade dabei, das über Generationen angesammelte Geldkapital zu verspielen. Die Renten für die kommende Generation schwinden dahin. Aber der Euro wird bleiben und die Politik beschwindelt die Menschen. So das Fazit des renommierten Ökonomen Hans-Werner Sinn vom Münchner IFO-Institut, der gestern bei der Jahreszusammlung der Jung- und Familienunternehmer im Gebäude der Reuttinger Kreisparkasse sprach. Sein Thema Europa in der Krise. Ein Starökonom auf dem Weg zum Podium. Professor Hans-Werner Sinn, Präsident des renommierten Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, einer der führenden deutschen Köpfe für Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ein Mann, dessen Stimme global Gehör findet. Ein Mann, der ein streitbarer Querdenker ist. Vor allem beim Thema Euro- und Euro-Rettung. 2012 hatte er sich gegen die Vergemeinschaftung der Bankschulden aus der Krise von 2008 ausgesprochen, als der Zusammenbruch der spekulativ agierenden US-Bank Lehmann eine globale Finanz- und Wirtschaftskrise auslöste. Sinn trat in der Folge aber auch gegen Rettungsschirme für überschuldete Euro-Krisenstaaten wie Griechenland ein. Das alles aber kam dann mit der Begründung, nur so sein Euro und EU zu retten. Sinn sieht das anders. Auch nach dem dritten Griechenhilfspaket sichten Europa und der Euro kriselnd dahin. Er sollte ja das große Friedensprojekt sein. Als das hat Helmut Kohl ihn angekündigt. Aber wenn wir mal wirklich ehrlich sind mit uns, ist das nicht gelungen. Ich habe in meiner Zeit, solange ich das politische Leben verfolge, nie auch nur annähernd so viel Streit in Westeuropa gesehen. Der Euro zwinge zusammen, was wegen unterschiedlicher ökonomischer, finanzieller und mentalitätsbedingter Ansätze in Nord- und Südeuropa immer weniger zusammengehöre. Das sieht man am deutlichsten an den Arbeitslosenquoten. Deutschland ist die Insel der Seligen mit einer niedrigen Arbeitslosenquote. Ganz anders aber die Situation in den südlichen Krisenstaaten. Wir opfern derzeit eine Generation von jungen Leuten in diesen Ländern, die keinen Anschluss finden, die keine Stelle finden und die Jahre vergehen, ohne dass sie integriert werden. Und irgendwann wird es zu spät sein. Dieser Frust führe zu politischer Radikalisierung, wie man gerade in Griechenland an entsprechenden Wahlergebnissen sähe. Das ist der Grund, warum Alexis Tsipras mit seiner Partei Syriza, die ja ziemlich linksradikal ist, gewählt wurde. Und das ist der Grund, warum etwas Ähnliches zu erwarten ist in Spanien. Europa drohe hier Übles. Wirklich radikale Sparpolitik, die zu Deflation, dem Absinken der Preise und Kosten in den Krisenstaaten führe, scheide aus. Ebenso aber auch Rettungsversuche durch immer mehr Transfers, Kredite, Garantien, Haftungen, Rettungsschirme. Die beförderten gerade nicht den Reformwillen, sondern liefen ins Leere. Wer soll denn das bezahlen? Sollen 60 Prozent der Eurozone die 40 Prozent dauerhaft finanzieren im Zuge eines europäischen Finanzausgleichs, ähnlich wie wir ihn in Nordland haben oder wie wir ihn mit den neuen Bundesländern gemacht haben? Ich glaube, das geht gar nicht. Derzeit versuche die EZB etwas anderes, um die Eurozone zu stabilisieren. Man versucht den Norden nachzuinflationieren. Der Süden ist mit seinen Preisen vorausgeeilt. Der Norden, wir, Deutschland, blieb konstant. Jetzt haben sie ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren. Jetzt muss man aus irgendeiner Weise auch das deutsche Preisniveau auf das andere hochheben. Die kriselnden Staaten sollten also durch gemachte Inflation über den niedreren Eurokurs am Markt gestärkt werden, während deutsche Sparvermögen und Altersvorsorge so dahinschmelze. Zur Rettung gäbe es drei hässliche Optionen. Es ist dann nicht besser, irgendwann einen Schnitt zu machen und zu sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Wir streichen euch die Schulden, das Geld erlassen wir euch, was wir sowieso nicht zurückkriegen und kehren zu normalen Zinsen dann zurück. Griechenland könne aber nur wieder wettbewerbsfähig werden, wenn es den Euro verlasse und abwerten könne. Im Euro brauche es deshalb Aus- und Wiedereintrittsmöglichkeiten. Langfristig aber so Sinn, sage die Krise, dass es mehr EU-Europa brauche, vielleicht im Sinne einer Konföderation, wie es die Schweiz vormache. Ein ausführliches Interview sehen Sie demnächst auf unserem Schwestersender RTF1. Bei Molbrunn im Enzkreis hat heute eine 51-jährige Frau ihren Mann erstochen. Danach hatte sie sich im Haus verschanzt und gedroht, sich umzubringen. Ein Spezialeinsatzkommando stürmte schließlich das Haus und fand die Frau mit mehreren Stichwunden im Bauch schwerverletzt vor. Derzeit ist sie laut Polizei nicht vernehmungsfähig. Ihr Motiv ist noch unklar. Und jetzt noch die aktuellen Arbeitslosenzahlen. Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Laut Arbeitsagentur waren im März 233.800 Menschen ohne Job und damit 6.500 weniger als noch im Februar. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4 Prozent. Der Stuttgarter Fernsehturm wird nicht schon im Herbst, sondern erst im Dezember für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das erklärte jetzt der SWR als Betreiber des Turms. Die schwierigen Umbauarbeiten im Inneren des Turms führten zu dieser Verzögerung. Um den Fluchtweg im Turmschacht noch sicherer zu machen, würden dort derzeit Sende- und Stromkabel ummantelt. Einige der Brandschutzmaßnahmen seien eigens für den Stuttgarter Fernsehturm entwickelt worden und kämen weltweit erstmals zum Einsatz. Der Umbau kostet rund 1,8 Millionen Euro. Im Prozess um den Stuttgarter Koffermord ist heute das Urteil gefallen. Der Angeklagte muss wegen Mordes und Totschlags lebenslang hinter Gitter. Das Landgericht saß als erwiesen an, dass der 48-Jährige zwei Freunde im Alkoholrausch getötet, die Leichen der Frau und des Mannes schließlich in Koffer gepackt und im Stuttgarter Schlossgarten versteckt hatte. Dort waren sie am 1. Juni 2014 gefunden worden. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weiteren News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Zur Mitte der Woche wird es in weiten Teilen des Landes ziemlich nass und ungemütlich. Im Norden, Osten und Süden des Landes könnte sich der Regen sogar in einige Schneeflocken verwandeln. Dazu ist immer wieder mit kräftigen Windböen zu rechnen. Die Temperaturen pendeln zwischen drei und maximal neun Grad. Dicke Regenwolken ziehen am Donnerstag über Baden-Württemberg hinweg. Kaum ein Fleckchen wird von ihnen verschont bleiben. Im östlichen Teil des Landes, rund um Ulm, könnte es auch ein wenig schneien. Ebenso wie in der Mitte rund um Freudenstadt oder Almstadt. Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt! Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brot-für-die-welt.de www.brot-die.de 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 www.brot-die.de